ja und herzlich willkommen zurück zu MSGP 2019 hier in Pietra Murata ich glaube das ist sogar meine Lieblingsstrecke wenn mich nicht alles täuscht damals bei MSGP 3 war da eine die war richtig geil so wir gehen zur Strecke bevor ihr euch jetzt wundert dass ich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen scheiße fahren werde oh es geht schon los hier ich habe jetzt die Fahrphysik auf fortgeschritten hochgestellt also somit eigentlich die höchste Stufe und ich bin immer sehr gespannt dadurch dass wir die letzten Rennen auch ein bisschen mit Leichtigkeit gewonnen haben bin ich natürlich auch am überlegen ich glaube das ist nicht meine Lieblingsstrecke das sah aber fast gleich aus ja dadurch dass wir mit Leichtigkeit gewonnen haben und ich jetzt die Fahrphysik erstmal hochgestellt habe lasse ich noch den Schwierigkeitsgrad so ein zwei Rennen drin ich habe auch gesagt eigentlich finde ich das Qualifying auch ein bisschen nicht so sinnvoll weil es eigentlich gar nicht ja so viel ausmacht man muss halt am Start gut wegkommen gutes Timing haben da ist eigentlich die Positionierung gar nicht so extrem wichtig also es kann natürlich schon was ausmachen aber ja muss jetzt nicht unbedingt ich fahre ein bisschen zu langsam ein bisschen viel zu viel gebremst erst noch ein bisschen hier eingewöhnt um hier bisschen blöd gelandet aber noch gut gerettet und ja ich tue mich jetzt ja ein bisschen eingewöhnt Fahrfehler von mir mit der hohen Fahrphysik deshalb auch noch das Qualifying drin und es war ein bisschen zu viel okay und ja wir hoffen das Beste dann sollte das ja im Rennen nicht unbedingt passieren also man muss hier schon ein bisschen aufpassen in den letzten Rennen und letzten Qualifying konnte man einfach so hier mit Vollgas und volle Kanne hier in die Kurven rein Lenker rüber und ab hier in die Schräglage aber hier müssen wir schon oha alter okay also ich fahre gerade eigentlich so wie ich mit der Standard Fahrphysik gefahren bin und hier legt es mir das Bike eigentlich voll weg okay das war ein bisschen sehr heftig muss man hier richtig aufpassen vor allem Platz 8 so gut war ich noch nie ja toll zwar schon wieder ein bisschen zu schräg aber mit der Landung und so konnte ich gar nicht mehr so viel ausrichten ist schon heftig eigentlich also ich bin ja früher auch immer also bei MXGP3 und auch so bei MotoGP und so bin ich ja auch immer mit hoher Fahrphysik gefahren und auch bei Monster Energy Supercross bei beiden also beim Einser und beim Zweier war das auch so dass ich so die ersten Rennen mit der Standard-Physik gefahren bin und dann habe ich hochgestellt und dann bin ich halt wirklich keine Ahnung noch 20, 30, 40 Rennen mit der erhöhten Fahrphysik gefahren aber hier finde ich oha okay das war natürlich auch ein bisschen kacke gelandet aber hier muss ich sagen finde ich den Sprung von Standard auf Fortgeschritten schon extrem so gefühlsmäßig hier über diesen kleinen Hügel diese Kurve ist auch übel also die Kurve hat jetzt nichts mit der Fahrphysik zu tun sondern einfach so und hier bin ich zu schnell ich habe also langsam mache ich auch ein bisschen Schiss in die Kurven rein zu gehen also so wie ich immer früher rein bin mit der Standard ouch der Standard-Physik da bin ich immer volle Kanne rein und jetzt habe ich hier irgendwie wirklich ein bisschen Schiss also die Runde wird schon mal gar nichts muss ich ehrlich sagen hier sowas darf ich auch nicht mehr groß machen das habe ich ja auch viel gemacht auch so ein bisschen in leichter Schräglage zu landen Alter das Hinterrad das geht weg wie nochmal was richtig übel oh man da sind so mega enge Kurven mit dabei so und schon bin ich nicht mehr Platz 8 sondern Platz 22 richtig übel also man muss halt ganz anders fahren klar okay jetzt natürlich auch verständlich dass ich manchmal auch so extrem weit vorne war ja vielleicht auch so ein bisschen der Schwierigkeitsgrad ein bisschen natürlich auch man konnte halt so richtig mit so einem Brechelsen fahren quasi mit Brechelsen voll rein und das geht jetzt halt echt nicht mehr weil das Bike sich sehr viel realistischer verhält das ist richtig übel aber ich fühle mich dann in den Kurven halt auch immer so langsam das ist mein Problem ich denke mir dann nur so hey ich bin viel zu langsam dann will ich wieder Gas geben und dann bin ich halt viel zu schnell oder dann rutsche ich rum oder drifte rum und hin und her und oh Alter guck mal wie das auch extrem reingeht also im Vergleich zu dem wie es reagiert hat bei Standard au 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 bisschen Zaun mitnehmen also ich weiß nicht ob ich es jetzt falsch in Erinnerung habe aber früher war die fortgeschrittene Fahrphysik nicht so extrem oder es ist halt einfach die Umstellung ich glaube bei Monster Energy Supercross 2 war es auch so dass ich eine Zeit lang gar nicht so gut klar gekommen bin achso Zeit ja aber guck mal hier drei vier Sekunden hä ach nee da ist das Ziel okay zehn Sekunden ja na dann okay sehr heftig meine Freunde ich meine okay klar im Gollifern habe ich jetzt ja nie gut abgeschnitten es wäre mal interessant ob ich an dem dran bleibe an dem Östlund oder den sogar auch überhole also ich muss halt so anders fahren es ist halt schon übel wenn ich jetzt wäre ich dann vielleicht doch mit erhöhten Fahrphysik direkt gestartet in die ganzen Rennen rein dann müsste ich mich jetzt nicht hier mittendrin irgendwie umgewöhnen muss man halt auch so ein bisschen dazu sagen das ist halt schon jetzt ein bisschen krass weil jetzt muss ich mich hier anstrengen ja dann hätte ich halt die ersten zwei drei Rennen halt eben verkackt wenn ich direkt mit fortgeschritten gefahren wäre alter Junge weißt du wenn ich den jetzt halt ihr auch ausbremst dann habe ich halt auch keinen Vergleich ich weiß auch gar nicht wie gut ihr platziert ist weil ich ist ja auch gerade nur auf Platz 20 vielleicht fährt er nicht seine oh beste Runde aber ich glaube schon also meine private beste Runde hier jetzt mit fortgeschritten ja Fahrphysik alter was macht mein Hinterrad bleib auf dem Boden Junge brauch dich für den Speed oh man und 37 trotzdem Platz 22 ich weiß es nicht vielleicht ist der Tippie auch Platz 21 und ich habe ihn jetzt auch noch ein bisschen ausgebremst wow das war ein bisschen viel lass mich doch hier in Ruhe oh wir haben noch zweieinhalb Minuten Zeit also mit anderen Worten noch zwei Runden oha okay dass ich hier aber auf dem Bike geblieben bin das verstehe ich jetzt nicht also in anderen Situationen hat es mich hier schon runter geharrt okay das war jetzt klar das war jetzt klar meine Freunde aber jetzt ja mit so einem Sturz brauche ich jetzt eh die Runde nicht beenden aber interessant wäre es jetzt halt natürlich wie es mit den Zeiten aussieht ich meine wie gesagt das war jetzt vielleicht jetzt hier nicht das Beste aber man muss dazu sagen ähm klar die Qualifying sind wir sechs Sekunden hinten dran das war auch ohne erhöhte Fahrphysik so aber man muss halt auch so ein bisschen dazu sagen bin mal gespannt aufs Rennen werden wir da mal sehen also es ist jetzt ganz einfach es wird jetzt halt einfach so ein, zwei, drei Rennen dauern dass ich mich jetzt ein bisschen wieder von meinem herkömmlichen Fahrstil ein bisschen abgewöhne und halt mit dieser fortgeschrittenen Fahrphysik klarkomme dass ich halt nicht mehr so extrem fahr mit Vollgas und allem ja super ich werde hier halt auch viel behindert alter was ist denn jetzt los ich wäre Platz 1 gewesen Leute easy peasy aber sowas von vale geh zur Seite gibt's ja gar nicht es ist halt interessant die zu überholen oje so ein Megasprung und die anderen nur so einen kleinen wo wird denn der hin oh ne was macht denn der was macht denn der und der ist immer noch vor mir wollt ihr mich verarschen gibt's doch gar nicht und jetzt verliere ich noch Plätze hier das kann's ja echt nicht sein so jawolle geh mal zur Seite oh jetzt komm ich hier sehr eng uh ok Mr. Watson ja wow ok ich hab schon fast gesehen dass er mir irgendwie hinten ins Hinterrad reinfährt und mich so zur Seite schiebt und dann haut's mich eben hin lass mich die Kurve fahren so wie ich möchte Arschkopf so jetzt aber jetzt lass ich sie hinter mir ich weiß es war jetzt es waren jetzt keine schöne Fahrweisen mit dabei aber wir sind Platz 1 Leute uiuiui schlechte Landung hier so an der Seite von dem Hügel da so und achso ich wollte schon sagen Runde Nummer 1 beendet ich denke immer hier ist die Runde vorbei aber hier ist der Hole Shot oder hier war der Hole Shot hier ist die Runde quasi vorbei wir haben noch 3 Minuten oiuiuiuiuiui habe ich schon in die Zeit schon wieder vergessen oder nicht groß im Kopf behalten was da 1 31 war es ja glaube und ich bin ja glaube so 36 37 gefahren jetzt schaut euch jetzt mal hier die Bashzeit an man merkt auch hier ich meine klar okay ich muss jetzt noch ein bisschen kämpfen mit der blöden Fahrphysik und so und aber man merkt wir wir kommen einigermaßen damit klar und sind trotzdem einigermaßen vorne guck mal wir können so hier so ein paar kleine Fehler uns gönnen das heißt wir können wir können auch in nächster Zeit dann auch natürlich die Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erhöhen aber wie gesagt ich will jetzt erstmal so 1 2 rennen alter hier diese ganzen kleinen Fahrfehler ich meine hier ab und zu mal ein Fahrfehler oder so okay aber so die die Häufigkeit hier gerade dass wir wirklich so 5 6 Fahrfehler machen die müssen noch so ein bisschen weniger werden und dann könnte man alter dann kann man hier überlegen wegen dem Schwierigkeitsgrad komm man jetzt müssen wir wieder ein bisschen kämpfen aber es wäre ouch ja auch au au alter alle überfahren mich hier es wäre natürlich auch ein bisschen langweich wenn wir immer nur Platz 1 sind und auch mit viel Vorsprung oder so wir müssen ja hier auch mal ein bisschen kämpfen für unsere Trophäen so come on das war auch gerade hier ein bisschen eng da links dieser kleine Hügel am Fahrbahnrand alter ich habe immer seitdem ich jetzt hier die fortgeschrittene Fahrphysik drin habe ich habe immer Schiss wenn mein Hinterrad so in den Drift reingeht eigentlich ist der geil und in Standardphysik bin ich ja mega rum gedriftet auch noch so mit Absicht und provoziert und mit Spaß aber hier denke ich mir jedes Mal nur so fahr normal kein Drift es passiert so schnell guck mal es geht eigentlich einigermaßen aber es passiert so schnell dass es sich dann trotzdem hinhaut oder du musst halt du musst halt wissen wie viel geht und nicht geht weißt so scheiße wie der gerade hier gefahren ist deshalb musste ich hier so weit raus Alter was bin ich Glas 8 hab mich so viel überholt ist ja gar nicht wir fahren noch die Runde zu Ende und dann noch zwei ouch da darf ich eigentlich nicht landen so immer so fährt meine Kurve das war doch schön richtig schön oh der ey der Walle ey der geht mir auf den Sack der hat hier so einen richtigen Schrott zusammen oh nein muss ich wieder hier in Events überholen uiuiui das war viel weiß ich ein paar Plätze brauche ich schon noch die Punkte brauche ich eben weiß ich wenn der Platz 1er im zweiten Rennen Platz 2 macht und ich 1 mache aber ich halt da hier auf Platz 8 bin oder so dann reicht das halt mit den Punkten gar nicht oder ich mache zweimal Platz 3 und werde dann Platz 2 so wie der eine letzte mal oder ich werde zweimal Platz 3 und werde dann Platz 1 könnte auch funktionieren aber es scheint natürlich mit sehr viel Glück verbunden dass halt eben die Leute sich gut durchmischeln so keine Ahnung erstes Rennen Platz 1 zweites Rennen Platz 10 und eben der Platz 10er aus dem ersten Rennen wird im zweiten Rennen Platz 1 oder irgendwie so halt dann könnte das sogar noch funktionieren aber dasselbe müsste halt auch mit Platz 2 und 3 so ein bisschen sein nein alter also ich verliere hier viel zu viel Zeit wo wir jetzt noch Platz 6 sind nein das war zu viel Leute naja doch bei dem Sturz sind ja einige an mir vorbeigefahren genau das war das ich hatte so in Erinnerung dass ich schon überholt wurde aber halt von 2 Leuten oder von 3 aber dann hatte ich ja nach den Sturzen da habe ich so viel überholt nein schon die letzte Runde also ich war so easy Platz 1 eigentlich und die Stürze waren auch nur nachdem ich nicht mehr Platz 1 war also ich muss Platz 1 sein damit ich gut fahren kann komm hier alter lass mich nicht vorbei oh man ich wollte gerade sagen ich will noch in die Top 10 aber ich bin ja quasi in der Top 10 ich will besser als Top 10 sein sagen wir so Top 9 nein 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 Alter weißt diese Leute fahren mir so krass im Weg rum Alter ein Kampf hier ein richtiger Kampf nein was macht jetzt werde ich noch hier wegen Streppe abkürzen genau ich habe mein Glück versucht weil ich hier so ein bisschen weg bin und ja Alter wie dauert es da noch hin yay also ich kämpfe um Platz 9 und jetzt bin ich Platz 19 wollte mich verarschen come on come on zur Seite ich brauche noch 1,2 nein Alter jetzt fährt der Alter guck mal jetzt fährt der so einen Scheiß hier zusammen wollte mich verarschen guck mal Red Plate vorne Platz 20 oh mein Gott ich gehe unter rappeler sustained ja Platz 20 links schon weiter truth ges